willkommen begann scharlatane zu let's play jacket aliens 3 wir haben hier in der letzten folge alles vorbereitet und lass mal ein bisschen zeit laufen damit wir im tag die mine angreifen können das passt und dann soll mal alle trupps rüber zur mine und dann probieren wir auch gleich mal die neuen knarren aus haben wir hier als agent schock soldat schwerer soldat und ein schwerer sind es die mit dem die laden mal gucken mal so wir haben hier einen coolen einstieg hier noch lauter zeug das war mal geil ähm hier oben deckung eins zweiter trupp noch in deckung, gucken wir mal enemy sited they are small and girlies my agent says i need to do something extra for him if i want more exposure how about a task so wir haben gegner gesichtet yes hier drüben okay ähm kalina komm mal rüber mit der kaliber 50 dann hat man äh rheinland komm versuch's mal zwölf kopfschuss der hat bang gemacht hahaha der taunt war geil bam weckerhauen dann hat sich ausgespäht überhaupt dann hat sich ausgespäht überhaupt ja ähm kalina ready 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 sure project leg dich mal hier hin charlene higgins charlene higgins probably miss that one on my best day okay der ist zu weit weg für dich will do dann legen wir mal kurz noch mal den hinterhalt i should be working out i will wait for the puny enemies to make their little moves genau du sollst yes will do ready 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 what's the word copy that einer ist nach oben sieht so aus ne hey man was kommt aber drunter no problemo man ok gegen guck mal nein kannst du nicht sehen na dann pusten wir den hier weg das war gegen jemand oder eine panzerfaust alles klar zwei treiber zwei treiber ok yes du bist nur überwachen ok wir haben ja noch ein paar doch mal ran na denn gib ihm mal schade kalina komm fuß weg bam sehr schön russ du musst mal ein sprinter das 1024 das ist noch ein schrotflinter kannst du auch dein 14er rausholen du machst auch mal einen sprinter hier hin ich sage mal repositioning ich gebe mal repositioning alles klar Maschinengewehr hat eine hat in die wand geschossen alle klar wir gehen mal ab er ist ja verletzt nix schießt er aua jetzt hat er ihn erwischt jetzt ha 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 ok ready ojek stand ungünstig deswegen konnten sie nicht treffen oder lag ungünstig er hat ja immer an seine wand geschossen dann hätten ihn das Feld weiter bewegen müssen aber gut ähm dem neuen Knallen gefallen mir die sind gut wir gehen da erstmal ins Gebäude hopp oder auch nicht ah ist der Sargent ähm wo ist Kalina komm mal ran Kalina gehen wir hier hin wir sind aus deiner Reichweite aber versuch's einfach mal ein veredel haben wir den erwischt wenn die treffen mit den Kaliber 50 dann tut's auch weh ich brauch mal Raven Raven hier und Funktionierung ist wie immer alles go 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 move let's go for a walk ok was war das war das denn ich muss mal gucken die Taste hab ich im Kopf an die Ebenen na hier T und G die wir beide mal hier oben haben das kann man hier oh ja das klingt zersund ah 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 ja ich will da schießen Kalina hier ne this should do it Kalina komm Kal- äh Kalina mit Querschläger mit Querschläger mit Querschläger wir lassen mal laufen go 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 ist geschickt uh Stück gehabt Kalina ist hier. Raven hier. Gehen. Ich bin verletzt. Wir sehen keinen Gegner. Welche sollen wir denn noch haben? Jetzt haben wir wieder einen erwischt. 1, 2, 3, 4, 6, 7 immer noch. Zumindest kriegen wir die arme Typen schneller kaputt. Das ist schon mal gut. Die werden alle unten in der Mido hatten. Das fühlst du lustig, man. Was die hell du willst? Ja, 10, 4. Wir müssen auch alle ein bisschen Moral schocken. Ja. Schlechte Moral, minus 3 AP. Das merkt man jetzt deutlich. Wir haben noch nicht alle. So, kann ich hier nochmal hin? Ja. Und wir sehen niemanden. Dann geh mal hier hin. Waven. Geh mal hier hin. So, Kalina, wen kannst du am besten treffen? Dann geh mal hin. Ich versuch mal ihn zu erwischen auf dem Kopfschuss. Danke. Schau, gleich! Wir sind unter Attack. Hier kommen sie, Team. Lass uns den willkommen sein. So, Charlene. Schlecht mal. Das sollte doch ein schöner Kopfschuss werden. Also das finde ich die Kaliber 50, BMG's finde ich extrem sexy, muss ich so sagen. So, Gantt hält sich ein bisschen zurück. Bojack, geh mal vor. Gehen wir hier und du bleibst da, wo du bist. Indem ab da unten haben wir den Sapir. Kommt da her. Okay, Kalina. Ne, Kalina soll mal... Auf den schießen. Komm. Es ist besser, du sie in die Hände schießen. Ja. Schlimm, Kalina. Das hast du ja gerade eindeutig gezeigt, dass Kopfschlüsse wunderbar sind. Äh, Foxy Love. Wo ist Foxy Love? Ach, du bist da unten. Okay. Ähm, ready. Ich bewegen wir mal hier hin. Dann machst du einfach vorsichtige Überwachung. Können wir uns hier treffen? Probier's mal. Das war gut. Danke. Na, man ist ordentlich aufgeräumt. Gute Moral. Wir haben auch weniger Mali jetzt. Das ist schon mal auch wieder gut. Ähm. Da haben wir jetzt drei oder vier erwischt, ne? Ja, haben wir ordentlich aufgeräumt. Einen Schocksoldat, ein schwerer Soldat und ein Speer sind nur übrig. Die werden irgendwo in der Mine rumrennen. Okay. Schnappen wir uns hier. Raven. Komm mal hier runter. Kalina. Die beiden als Vergleitschutz. Dann gucken wir uns mal wieder runter. Ich würde, wenn wir die Leute conditionieren können. Die Mini. Komm mal gut. Red your 5x5. Dann geht weiter. Jetzt sind die beiden. Gehen wir hier... Oder wir gucken oben lang, der geht oben lang. Brennen wir alle. Gehen wir mal hier. Das soll der immer den Hirnvorteil haben mit unseren Snipern. Genau, betreten. So. Ich will dich hier haben. Ich will dich hier haben. Neri will ich da haben. Raven hier. Raven und Kalina sollen sich mal hinstellen. Wir machen vor sich selber schon mal Überwachung. So. Raven. Bitte. Ja, jetzt wachsen wieder ein bisschen rum. Kopfschluss, Raven. Ah. Perfekt. Die Schicklichkeit. Und weiter geht's. Zwei sind's noch. Let's go for a walk. Okay. Okay. Alle im Gänsemarsch da runter. Okay, lieber 50 waren echt ein guter Einkauf. Oh. Da ist da eigentlich ein Sturmsoldat. Okay. Okay. Ich will dich mal hier hin. Okay. Mal bang, kannst du die sehen. Ab hier, ne? Okay. Okay, alles klar. Mal bang, kannst du dich hier hin. Mal bang, kannst du dich hier hin überwachen. Dann möchte ich Raider. Überwachen. Mal bang, kannst du dich hier hin. Du bist der Joker? Raven hier. Kalina hier. So Kalina. Ähm. Wer hat hier was? Den schweren Soldaten müssen wir einledigen. Ich habe den Villain in meinen Seiten. Komm. Kommt los. Daneben! Scherling Higgins. Na, wait. Das ist so weit. Der ist jetzt so weit weg. Okay. Weil du da Geländer im Weg hast. Okay. Dann machen wir einmal One on Gun. Ähm. Wieder Schuss. Bis hier. Trifftest war nichts, aber egal. kannst du aber auch ein krono ja die brauchst du hast noch acht ap box dann kannst du hier könnte zwei flashbangs schmeißen ist aber nicht so weit dann granatiere ihn wenn du treffen würdest okay das müssen das kriegen wir noch mal schön auf den sack vom rocketwerfer der wird hier auf die beiden schießen verletzt okay bewegt sich die machen tit für tit hoffen du hast die ist in panik geraten das ist zu hart für mich Und das ist nicht etwas, was ich oft oft sagen. Da ein Held, Raider, komm. Ja! Ja, auf die müssen wir unbedingt achten. Was wir können, kann der Gegner auch. So, was haben wir denn hier zum Plündern? Wir haben hier unten was zum Plündern. Der Mino gehört wieder uns. Sehr gut, dann heimbaue uns gleich, reparieren. Äh, jo, Schrott. Haben wir hier oben was zum Plündern? Ja, ne, ich hatte irgendwas gesehen. Ne, dann haben wir das wie üblichen. Ja, wir können mit dem Grisly hier. Mit mir hineingereden. Ready. Ja, toll. Ja, voll auf der Stützung. Gut. Hm, wo ist die Olle? All right, I'm going. Komm mal ran. So, Milizausbildung. Wo bist du? LifeWire. Mach mal. Da. Gegenstände reparieren. Alle. Und stornen. Kann man noch was machen. Gebiet ausspähen, Gegenstände reparieren. Gebiet ausspähen. Wer ist noch übrig? Meltdown. Lauf mal los. Wollen wir das mal laufen? So, erste Reparatur ist fertig. Machen wir trotzdem weiter. Ja, okay. Größere Gesundheit erhalten wir nicht gut. So, die Mine gehört uns. Reich. Sehr schön. Dann machen wir nochmal. Letztes Mal reparieren. Okay. Okay. Alles, was wir haben. Sehr gut. Alles sind genesen. Alle sind wieder fit. Können wir die ersten Verträge verlängern? Und dann können wir uns ja, wie wir gedacht haben, wenn wir gleich ein bisschen die Sachen geplündert haben. Es ist Zeit, um meinen Kontraut zu renegotiieren. Aber es ist wahrscheinlich. Ich finde, ich finde die ein bisschen besser als Grundy. Muss ich ehrlich sagen. Sollen wir mal Ausspähen fertig haben? Ich glaube, die Mine. Forcenor. Genau. Die haben wir ja gerade ersetzt. Aber hier. Legions-Trupp. Den kriegen wir aber schnell kaputt. Sie spielt, sie spielt, sie spielt. Und einige Vorräte abgenommen. Finde ich gut. So. Dann können wir Richtung der Einsiedler gehen. Ja. Gut, alle fit. Dann gucken wir uns mal das Sektor-Inventar an. Dann noch eine Schnuffel-Maske. Eine Schnuffel-Maske. Da ist man mit. Die Mini verschrotten war. Eine RPG. Wer könnte eine zweite RPG tragen? Hat er noch Luft? Raider. Oder Larry. Ja, ne, kriegt Larry. Der hat einen Sprengstoff-Skill. Und jetzt müssen wir mal gucken. Sprengstoff war 92. Aber Larry kriegt eine RPG. Bisschen Munition in den Trupp. Geht immer. Entladen wir. So, eh, laden. Und Schrott. Passt. Sehr schön. Dann. Gehen wir. Warte, das muss ich auch fassen. Genau. Mit dem Trupp hier hin. Der andere Trupp folgt. Und dann gucken wir uns die Straße mal an. Das Gebiet mal. Das ist einfach nur ein Dschungel, ne? Großer, großer Wald. Na, gucken wir mal. Was? Gehen wir. Können wir zum Weg zu essen? Ist hier irgendwas Spannendes? Nö. Hier ist tatsächlich mal ein Stückchen von Grunschin, was nicht irgendwie gewalttätig... Oh, hier ist ein Opferplatz oder so. Ich habe etwas hier. Was machen wir hier? Eine Tasche irgendwie. Ein Rucksack? Munition. Gut. Geht's weiter? Geht's weiter? Gucken wir mal hier. Großer Wald mit Nebel. Nö. Irgendwas Spannendes? Geht nicht so aus. Hm. Ja? Dann können wir gleich zum Einsiedler gehen. Ja, gehen wir mal. Irgendwas wert? Irgendwas hier? Säcke voller Geld. Und ein paar Medikamente. Geht immer. Okay. Dann gehen wir runter zum Einsiedler. Let's go. Ach, die Miliz wird angefallen. Oh, da war ich ganz schön gekriegt. Camp Laberre. Camp Laberre. G10. G10. Moment. Kurze Pause. Sektor G10. F10. G9. G10. Okay. Dann müssen wir also, wenn Hever ja fertig ist, muss er wieder nur oben da weiter ausbilden. So, dann gucken wir uns mal den Einsiedler an. Okay. Weißen, alten Einsiedler. Okay. Wenn er schon sagt, heißt es ja eigentlich, dass gekämpft wird. Hier ist die Hütte vom Einsiedler. Oh, und er hat hier lauter Sachen. Okay. Du bist der Boss. Sie sind auf unserer Weg. Ja, okay. Nicht, dass wir im Bienen liegen oder so. Drei Feinde. Mindestens. Okay. Ähm, Kalina. Hier hin. Oh, ja. Wo ist er wagen? Bereit. So, wo ist, ähm, Wogeko? Wogeko soll sich mal schön vernünftig hinlegen. Dies hat auch guten Platz. Der Weltmeer. Grant soll sich bisschen hier halten und hocken. Stay right. Hocken und... Ich lege dir hier mal einen richtig guten Hinterhalt. Ich lege dir hier mal einen richtig guten Hinterhalt. Du legst dich, ähm, setzt dich auch hier hin? Ready. Will do. Es ist so schmutzig aus. Da hast du ja mal Schramm gelegen. Ähm. Haben Sie irgendwelche Fragen? Äh... Sie sind sicher, dasselbe die Schrumm sind? Natürlich sind sie. Sie sind gefehlungen von Mutter Natur. Alles, was natural ist, ist gut für Ihre Gesundheit, richtig? Ich weiß nicht, Mann. Ich habe eine lustige Gefühle in meinem Hirsch. Ah, Siehst du? Das ist wie schnell, gut, natural ist, wird dir fühlt sich besser und jünger und voll von Energie. Aber ich muss nicht mehr sein. Ja. Aber Ihre Organs müssen sich von Toxins bequen. Diese Schrumme haben einen Detox von 178 Prozent. Das ist, äh, viel, glaube ich? Absolut. Achtung, das die Schrumm, die Sie, junge Menschen, sind immer zu essen. Na ja, ich habe definitiv nicht mehr Schrumme wie diese. Und Sie werden nie wieder. Die Schrumme wie diese sind... einmal in der Lebenszeit. Ich meine, sie sind ziemlich rar. Ich... fühle mich nicht sehr gut. F***! Mein Stomach ist wie in der Hölle. Die Schrumme müssen uns verbrüllen. Hey! Diese Schrumme versucht uns zu töten! Die Schrumme sind verbrüllen! Alle vergiftet, okay. Zwei tot. Nein, haben wir. Zwei haben wir. Drei. Vier. Das war gut, würde ich mal behaupten. Und der Einsiedler hat die Legion vergiftet. Böse wie er ist. Na komm. Na komm. Na komm. Na komm. Was? Das war ein schöner, sauberer Hinterhalt. Ich mache auch so. Das ist halt um. Und wir gucken uns noch mal kurz die Sachen an. So, alle können sich hinstellen. Ach so. Geld um Zolls. Wir sind auf. Okay. Es gibt ein paar Loot in hier. Mit meiner Hilfe, findest du größer Sinn der Grund und Sinn. Du musst nur glauben in dir selbst, und mehrfach, investieren in dir selbst. Und was besser investieren, als das Leben? Die Ergebnisse der Leben können sich verändern. Vertraue mir, und du fühlst so erfolgreich und glücklich, wie alle meine vorherigen Klienten, wie Herr Pangloon von Bianshan, der inneren Frieden und die allgemeine Erfüllung von seinen Lebensbausen erreicht hat. Wir wollen erst mal gucken, was er da hat. Weisheit-Check. Wer hat die größte Weisheit? Das war 43, 16, 40, 77, 79, 89, 80, ok. Lie down. Guckt dir das mal an. Weich nicht? Okay. Mal gucken uns mal den Hackblock an. Lifecoats mit einer AX. That's what I'm talking about. Someone must have refused to eat the mushrooms. Now, let us circle back to your life-fulfillment goals. Ist noch ein Hinweis? Wir gucken das mal alles an. Okay. Schlosserwerkzeug. Kalina. Okay, also irgendwelche Medikamenten. Kremen nicht auf, okay. Telefonhacken. Kriegen wir auch nicht auf, der ist auch schon wieder speziell, der Typ. Gut, aber liebe Bürger und Scharlatane, den Life-Coach mit seinen sehr komischen Hinweisen und den Pilzen, die wir nicht essen sollten, das gucken wir uns mal nächste Runde an.